Wenn eine Größe A proportional zu einer Größe B ist, können wir die Dreisatzrechnung in einfacher Weise benutzen. Es kommt auch vor, dass zwei Größen umgekehrt proportional sind. Dann müssen wir die Dreisatzrechnung modifizieren. Wenn wir zum Beispiel das Volumen eines Gases vermindern, nimmt in gleicher Weise der Druck zu. Druck und Volumen sind umgekehrt proportional. Wir können das so formulieren, dass A proportional zu 1 durch B ist, dass A gleich K mal 1 durch B ist oder dass das Produkt A mal B konstant ist. Bei umgekehrt proportionalem Verhältnis bei Antiproportionalität gilt Produktgleichheit. Wenn wir das Volumen eines Gases um den Faktor 2 verringern, erhöht sich der Druck des Gases um den gleichen Faktor. Wenn wir eine Vierfelder-Tafel für ein umgekehrt proportionales Verhältnis aufstellen, müssen wir beachten, dass jetzt die Produktgleichheit innerhalb der Spalten gilt und für die Zeilen die inverse Prozentengleichheit gilt. Ein Fahrzeug benötigt zum Rücklegen einer bestimmten Strecke 2 Stunden, wenn es 150 km pro Stunde schnell fährt. Wie schnell muss es sich bewegen, damit es dieselbe Strecke in 1,5 Stunden zurückliegt? Je größer die Geschwindigkeit ist, desto kleiner die Zeit. Wir haben hier ein antiproportionales Verhältnis für uns. Wir können die Produktgleichheit heißen. x mal 1,5 ist 150 mal 2. Wir können nach x auflösen und erhalten 200 km pro Stunde. Bei Proportionalität haben wir Prozentengleichheit innerhalb der Zeilen. Wenn wir die Größe A um den Faktor vergrößern, vergrößern wir auch die Größe B um denselben Faktor. Die grafische Darstellung ist eine Nullpunktsgerade. Bei Antiproportionalität haben wir Produktgleichheit innerhalb der Zeilen. Wenn wir die Größe A um einen Faktor vergrößern, vermindern wir die Größe B um denselben Faktor. Die grafische Darstellung ist eine Hyperbel. Wir betrachten einen Quader mit der Grundfläche A, der Höhe B und dem Volumen C. Bei konstanter Grundfläche ist das Volumen proportional der Höhe. Bei konstanter Höhe ist das Volumen proportional zur Grundfläche. Wir haben hier zweimal direkte Proportionalität. Bei konstantem Volumen jedoch ist die Grundfläche umgekehrt proportional zur Höhe. Hier haben wir Antiproportionalität. Wenn eine Größe A zu einer Größe B proportional ist und auch gleichzeitig zu einer Größe C proportional ist, dann haben wir zweimal Quotientengleichheit. A durch B ist konstant und A durch C ist konstant. Wie man leicht zeigen kann, ist dann auch der Quotient A durch B mal C eine Konstante. Das Volumen des Gases ist proportional zur absoluten Temperatur, ist umgekehrt proportional zum Druck. Das Volumen eines Gases ist proportional der absoluten Temperatur, ist proportional der Stoffmenge und ist umgekehrt proportional dem Druck. Das bedeutet, wir haben eine Gesamtzusammlung. Wir können die drei Proportionalitäten einfach multiplizieren und sagen, das Volumen ist proportional N mal T durch P. Vier Maschinen produzieren in 8 Stunden 960 Bauteile. Wie viele Bauteile produzieren drei Maschinen in 5 Stunden? Die Anzahl der produzierten Bauteile ist sowohl proportional zur Anzahl der Maschinen, als auch proportional zur Zeit. Wir können multiplizieren und erhalten die Aussage, die Anzahl der Bauteile ist proportional der Anzahl der Maschinen mal Zeit. Der Quotient F durch M mal T ist konstant. Konkret F1 durch M1 mal T1 ist F2 durch M2 mal T2. Wir setzen die Größen ein, lösen nach F2 auf und erhalten 450. Zwei Fahrzeuge sollen dieselbe Strecke zurücklegen. Das rote Fahrzeug fährt konstant mit 180 km pro Stunde, benötigt die Fahrzeit B1. Das grüne Fahrzeug fährt konstant mit 160 km pro Stunde, benötigt die Fahrzeit B2. Wie lange muss die Strecke sein, damit das Fahrzeug B1 30 Minuten Fahrzeit einspart? Die Fahrzeiten sind hier nicht konkret gegeben, wir haben nur die Differenz B2 minus B1 ist 0,5 Stunden. Wir testen zunächst, welche Art Proportionalität hier vorliegt. Je größer die Geschwindigkeit, desto kürzer die Fahrzeit. Wir haben also Antiproportionalität, wir haben Produktgleichheit. B ist proportional 1 durch A, B mal A ist konstant. Die Differenz der Fahrzeiten ist 0,5 Stunden. Und den Quotienten der beiden Fahrzeiten erhalten wir aus der Produktgleichheit. Wir wissen, dass die Fahrzeit des roten Fahrzeuges 0,08 der Fahrzeug des grünen Fahrzeugs ist. Wir setzen diese Beziehung in die Differenz ein, nutzen die Regeln der Bruchrechnung, nutzen die Regeln der Äquivalenzumformungen und erhalten für B2 4,5 Stunden. Das grüne Fahrzeug benötigt 4,5 Stunden, das rote Fahrzeug 4 Stunden. Wie lange ist die zurückgelegte Strecke? Dazu müssen wir Fahrzeit und Geschwindigkeit multiplizieren. Wir erhalten 720 km als Produkt. Die Beziehung 3,5 Stunden clapi. Dies wieder 4,5 Stunden. Untertitelung im Auftrag des ZDF Dr.